Willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ja, dieses Mal habe ich es hingekriegt. Und da im letzten Part Harry und Hermine ihr Level ab hatten, können wir uns nun mit dem Troll anlegen und die letzten zwei Rezepte, ja Rezepte, Zaubertrankzutaten für den entsprechenden Unterricht besorgen. Oder es zumindest versuchen, wenn der Troll uns lässt. Und bei Troll habe ich immer noch einen Harry Potter 1. Also im Hinterkopf so. War nicht ganz so toll. Flipendo Dumo? Hört das? Macht das Schaden? 20, nicht so viel auf einmal. Fritrifikus total, das wird nicht viel helfen. Glatius? Wir haben sonst den Termin ja nicht mehr zu geschickt. 55, ist auf jeden Fall besser. Und der haut drauf. Was haben wir denn für eine Kartenkombination, die wir einsetzen können? KP aufladen und Schnatz. Die anderen sind nicht möglich und an die goldenen Karten möchte ich nicht, deswegen jetzt reingucken. Hat mir das Spiel schon einmal zerlegt. Was mich zum Nachspielen gezwungen hat. Ich probiere es jetzt mal mit Incendio Duo. Vielleicht macht das mehr Schaden. 60, naja. Nur noch zwei Glatius haben wir noch. Und Glatius macht mehr Schaden pro Magiepunkt als Incendio Duo. Also mache ich hier mit Ferdimilius weiter, darf Harry auch leveln. Der Trollner. Wow. 111 Schaden. Das war Krit, ja okay. Aber 111 Schaden. Ordentliche Hausnummer. Petrifikus kann ich einmal. Vielleicht funktioniert es. Okay, Glatius wird nicht mehr. Incendio haben wir ja gemerkt, dass das nicht so stark ist. Verdammt. Ich probiere es trotzdem. 18, eine Runde habe ich auf jeden Fall frei gehabt. Ja, jetzt kann er sich wieder bewegen. Trotzdem hatte ich eine Runde frei. Okay. So, Hermine. Bitte, bitte finish ihn. Hat nicht gereicht. Aber er hat auf Hermine gehauen, ist okay. Ist nicht okay, aber besser als auf Harry. Harry hätte dadurch besiegt. Flusttreu war das. Okay, du hast gewonnen. 150 Erfahrungspunkte. Tote Raupe. Das ist Zaubertrank Zutat Nummer 4. Es fehlt uns immer noch die Milz. Habe ich was gesagt? Wir haben jetzt alle Zutaten. Bringen wir sie in den Klassenraum. Ich dachte schon, das würde interessanter und anstrengender sein. Na, anstrengender jetzt nicht zwingend, aber wir müssen den kompletten Weg zurücklaufen. Und eigentlich würde ich zu gern dahin zurück, wo ich jetzt, also hier Boots stehe. Weil ich ja weiß, dass wir mit Ron da reinkommen sollten, mit Alomora. Die Frage ist nur, ob wir dazu kommen. Und ob ich das überhaupt nochmal finde. Das war ja fast schon ein Lob. Das war ja fast schon ein Lob. Und die Raupe wurde entfernt. Und die Raupe wurde entfernt. Glaub nicht, dass du schon gehen kannst. Die Schrumpflösung muss noch gebraucht werden. Oh, wie sollen wir den Trank denn brauen? Hermine, weißt du es? Die fragt nicht so blöd, sie weiß alles. Wusste ich es doch. Kein Problem. Gebe einfach die Kräuter und die Zutaten in den Kessel. Nun, rein mit den Kräutern. Und hier kommen die Zutaten. Es hat geklappt. Ich fürchte, ihr wollt eine Belohnung. Nimm dieses Wingardium Leviosa-Zauberbuch. Wenn ihr Unfug damit macht, pflegt ihr von der Schule. Ihr habt jetzt Verteidigung gegen die dunklen Künste. Der Unterricht ist beendet. Neuer Zauber gelernt. Wingardium Leviosa. Und Verteidigung gegen die dunklen Künste ist garantiert wieder auf irgendeiner anderen Etage. Wir haben gleich Verteidigung gegen die dunklen Künste. An der Lehrerzimmertür hängt ein Zettel, auf dem steht, dass wir für Verteidigung gegen die dunklen Künste zum Lehrerzimmer kommen sollen. Okay, gehen wir. Ja, schön. Aber wo das Lehrerzimmer ist, wissen wir auch nicht, ne? Aber das wird uns garantiert gesagt. Verzeihung gegen die dunklen Künste ist im dritten Stock. Aber der Unterricht soll heute im Lehrerzimmer stattfinden. Ja, danke schön. Und wo ist das Lehrerzimmer? Auch im dritten Stock, oder? Das Lehrerzimmer ist in der Nähe der Eingangshalle. Aber ich glaube, wir dürfen da nicht rein. Doch, dürfen wir. Jetzt ist nur die Frage, war das der obere oder der unsere? Unten konnten wir ja eigentlich nicht rein. Also in dem hier, mal schauen, vielleicht jetzt doch. Ne, verschlossen. Dann kümmere ich mich doch um den Unterricht und renne nicht weg. Noch nicht. Guten Tag. Heute haben wir eine praktische Lektion. Achtet auf diesen Schrank. Darin befindet sich ein Irrwicht. Was ist ein Irrwicht? Ein Gestaltwandler. Er nimmt die Gestalt dessen an, wovor wir uns am meisten fürchten. Gut erklärt. Der Zauberer, der einen Irrwicht vertreibt, achso, der Zauberer, ja ne. Der Zauber, der einen Irrwicht vertreibt, ist einfach. Er wird gezwungen, eine Gestalt anzunehmen, die er komisch findet. Die Formel lautet Ridiculous. Neville, Lavender, Ron und Parvati, kommst bitte nach vorne. Oh, ich, ähm, okay, kein Problem. Seid ihr bereit? Ähm, okay, denke schon. Denkt an etwas Lustiges und ruft Ridiculous. Ich werde den Irrwicht jetzt aus dem Schrank lassen. Ridiculous Irrwichtaufgabe. Ziel ist es, so viele Angriffe des Irrwichts zu überstehen, wie du kannst. Auf dem Bildschirm befinden sich vier Schüler. Jeder steht für eine Richtungstaste des Steuerkreuzes. In der Mitte des Bildschirms erscheint der Irrwicht in einer seiner vielen Gestalten und nähert sich einem der Schüler. Drücke das Steuerkreuz in die Richtung, in der Ridiculous auf dem Irrwicht abgefeuert werden soll. Möchtest du zum Beispiel, dass der Schüler oben im Bildschirm Ridiculous anverwendet, drücke Steuerkreuz unten. Erscheint der Irrwicht nach einem erfolgreichen Ridiculous erneut, bewegt er sich schneller. Machst du dreimal einen Fehler, ist das Spiel vorbei. Hinweis, bewahre die Ruhe, besonders in den letzten Runden. Beobachte, in welcher Richtung der Irrwicht blickt, bevor er sich bewegt. Na dann. In was wird denn die Hand verwandelt? Und ich weiß, dass das nicht spielrelevant ist, aber... Hier kann ich nicht viel failen. Also failen kann ich schon, aber... Ach, das war blöd. Das war der erste Fail. Ich will wissen, wie weit ich komme. Und ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, wie weit ihr gekommen seid. Holt gerne eure alten Gameboys raus. Oder wenn ihr das Spiel so rumliegen habt, nutzt den Emulator. Hauptsache ihr habt die Original-Kopie. Dann seid ihr halbwegs safe. Ups. Okay, 1971 Punkte wäre mehr drin gewesen, aber... Das wird so passen. Das reicht so. Bitte geht in eure Gemeinschaftsräume zurück. Du kannst nun über den Titelbildschirm und die Optionen Minigames aufreden. Und die Klos ihrwicht zugreifen. Ja, ja. Hast du ein Problem, Harry? Ja. Warum durfte ich nicht gegen den Irwig kämpfen? Ich dachte, er würde die Gestalt von Lord Voldemort annehmen, wenn er auf dich losgeht. Zuerst dachte ich an ihn, aber dann dachte ich an die Dementoren. Die Dementoren greifen dich stärker an als die anderen, denn in deiner Vergangenheit gibt es schreckliche Dinge. Ich könnte dir ein paar Verteidigungskünste gegen sie beibringen. Vielen Dank, Professor. Ich werde dich für die Lektionen abholen. Geh jetzt in deinen Gemeinschaftsraum. Bis dann, Professor. Aber, na jo, damit haben wir das doch. Weiter geht's. Und jetzt versuche ich, dem Wunsch des Professors zuwider zu handeln. Ich sagte ja, wo ich hin möchte. Und das möchte ich in diesem Part noch machen. Zum Gemeinschaftsraum zurück kommt man relativ schnell. Ah, da könnte ich noch ein bisschen trainieren. Das möchte ich jetzt aber nicht. Werde ich noch machen, aber nicht jetzt. Nicht, wenn ich es vermeiden kann. Also, Step 1, erledigt. Da ist noch einiges zum Entdecken. So, ich glaube, ich wechsle schon mal zu Run rüber. Da ist Alohomora. Ha. That was the point. Und wofür habe ich das jetzt gemacht? Für ein rumänisches Langhorn-Drachen. Oh mein. Komisches Deutsch. Aber, ja, 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 ja. Start. Ausrüstung. Harry. Du kriegst einen neuen Umhang. Du kriegst einen neuen Umhang. Netter Boost. Harry ist und bleibt ja pro Tag. Nur ist es klar, dass der dann das Maximum kriegt. Hermina, du hast noch keinen Umhang. Das müssen wir auch ändern. Na, passt doch. Ich gehe in den Riffindor-Gemeinschaftsraum. Und dann nichts wie zurück. Und nein, ich nehme das Training nicht mit. Wobei ich könnte gucken, wegen Wingardium Leviosa, ob das auch levelbar ist hier. Mal schauen. Na, komm, dann gucken wir jetzt mal. Aber als allererstes. Die wichtigsten beiden Sachen. Den Formos. Na, was hilft gegen so eine Wespe? Flipendo, Petrificus und Wingardium gar nicht. Ja, ja, auf Hermine könnte er ruhig draufhauen. Auf Ron auch. Knallbonbon. Mal Bonbon. Hermine braucht noch Level-Up im Flipendo. Da ist er. Mit Ansage. Ausnahmsweise. Harry braucht dafür kein Level-Up. Ach, da ist, glaube ich, Wingardium, ne? Und hat keine zusätzlichen Stufen. Damit habe ich das nachgeguckt, was ich nachgucken wollte. Flipendo. Flipendo. Hätte Ron Duo, dann hätte ich Flipendo Duo tatsächlich bei ihm eingesetzt. Ja, dann kann Ron jetzt gleich gemütlich Lückenfüller spielen. Du hast gewonnen. Ja, und Harry hat sein Level-Up. Schön. Ein paar Mega-Power-Tränke. Ach, nö, 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 nö. Lasst mich in Ruhe. Ich will keine unnötigen Kämpfe jetzt noch. Wir gehen dahin, wo wir hin sollen. Das Schlimme ist, ich habe mir das Bild nicht gemerkt. Und was macht man dann, wenn man sich das Bild nicht gemerkt hat? Man läuft tatsächlich die Treppe hoch. Und da das hier nicht so lang dauert. Zwei, drei, ey. Vier. Fünf. Sechs. Siebte Etage. Ankommen. Fred and George. Ihr freut euch doch garantiert, wenn ihr Besuch bekommt. Verkaufen. Müssten alles nur noch Sachen sein, die wir nicht angelegt haben. Jaja. Ich verkaufe einfach mal alles. Mal schauen. Kaufen. Da ist der grüne. Langhorn. Feuerball. Ungarischer Hornschwanz. Kann ich tatsächlich einmal anlegen? Hornschwanz. Ah. Interessant, dass Hornschwanz jetzt schon funktioniert. Na, wenn das so ist. Ja, möchte ich einkaufen. Status Ausrüstung. Harry. Dann kriegst du jetzt was Vernünftiges auf die Birne. Netter Brust. Hermine hilft die Kappe nicht. Hat Ron ne Kappe auf? Nö. Der arme Kleine. So, jetzt aber. Sonst haben wir für den nichts. Harry hat sein Upgrade gekriegt. Passt. Wackelt. Und bevor die nächste große Konversation startet. Werde ich mich jetzt einfach hier vor der fetten Dame hinstellen. Oder, ne, daneben. Damit man sie halbwegs erkennt. Und dann geht's im nächsten Part in den Gemeinschaftsraum. Mal schauen, was es dann erwartet. Wenn ihr's auch wissen wollt, seid beim nächsten Part wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao und tschüss. Tschüss. Tschüss.